Karl-Heinz Rühl ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler, Trainer und Manager. Als Spieler des 1. FC Köln gewann er 1968 den DFB-Pokal-Karriere. Mit zwölf Jahren wurde Karl-Heinz Rühl Mitglied des SC West. Im Sommer 1959 wechselte er als Amateur von Neuerenfeld zum SC Viktoria Köln in die Oberliga West unter Trainer Hennes Weisweiler. Bevor Rühl zu seinem Oberliga-Debüt kam. Gab er am 11. November 1959 seinen internationalen Einstand in der Amateur-Nationalmannschaft beim 2-1-Sieg im Olympia-Qualifikationsspiel in Siegen. Gegen Finnland an der Seite von Herbert Schäfer, Willi Schulz, Gerd Dörfel und Jürgen Korpiun. Es folgten zwei weitere Einsätze bei den DFB-Amateuren. Ehe er am 3. April 1960 beim Heimspiel gegen SW Essen bei der 1-3-Niederlage zu seinem Oberliga-Debüt kam. Mittelläufer bei Viktoria war Hans Löhring, der spätere Präsident und Metzen des SC Fortuna Köln. Ab der Saison 1961 war der Zweikampf- und Schussstarke rechtsaußen unter Weisweiler Stammspieler. Am 26. Mai 1960 spielte er beim 6-2-Sieg in Saarbrücken gegen Frankreich zum sechsten und letzten Mal in der Amateur-Nationalmannschaft. Er entwickelte sich an der Seite von Grubisansk, Willi Bad Kremer, Erich Rebeck, Hans-Jürgen Sundermann und Klaus Matiszczak zu einem der torgefährlichsten Flügelstürmer im Westen. In der letzten Saison der Oberliga war er Mitglied des erfolgreichsten Angriffs im Westen, die Viktoria brachte es auf 81 Tore. Rühl steuerte 14 Treffer bei. Von 1959 bis 1963 kam er in der Oberliga auf insgesamt 85 Spiele und 42 Tore. Rühl vertrat den Westen auch in zwei repräsentativen Spielen jeweils gegen Berlin und zählte in beiden Spielen zu den Torschützen. Auch zum 3-0-Sieg der Junioren-Nationalmannschaft gegen Frankreich am 6. Mai 1962 in Aachen steuerte er ein Tor bei. Da sich Viktoria Köln nicht für die neue Fußball-Bundesliga qualifiziert hatte, wechselte er zur Saison 1963-64 nach Berlin zu Hertha BSC. Doch Hertha fiel die Umstellung von der Stadtliga auf die Bundesliga schwer. Trotz weiterer Importe aus dem Westen, Harald Bayer, Uwe Klimaschewski und Otto Rehagel, verlief das erste Bundesliga-Jahr durchweg unter der Überschrift Kampf um den Klassenerhalt. Auch in der zweiten Saison 1964-65 wurde es nicht besser. Obwohl mit Wolfgang Farien, Michael Krampitz, Willibert Krämer, Kurt Schulz und Hans-Jürgen Sundermann kräftig aufgerüstet worden war, landete Hertha nur auf Platz 14 der Abschlusstabelle. Für die Berliner erzielte Rühl in 54 Spielen neun Tore. Als die Hertha 1965 nach Saisonende wegen Verstoßes gegen die DFB-Statuten in die Regionalliga zwangsversetzt wurde, wechselte Rühl zurück in den Westen. Er unterschrieb einen Vertrag beim Maidericher SV. Dort traf er auf Trainer Hermann Eppenhoff und die Mitspieler Michael Belat, Horst Gex, Hartmut Heidemann, Heinz von Haaren, Werner Krämer und Manfred Manglitz. Befreit von Abstiegssorgen konnte er mit zehn Treffern in der Saison 1965-66 seine Qualitäten wieder unter Beweis stellen. Höhepunkt aber war der Einzug ins Endspiel um den DFB-Pokal am 4. Juni 1966 in Frankfurt am Main gegen das neue Erfolgsteam des FC Bayern München. Die Mannen um Franz Beckenbauer gewannen das Pokalfinale mit 4 zu 2, obwohl die Zebras eine überzeugende Vorstellung geboten hatten. Im zweiten Jahr war der Flügelstürmer mit Torjägerqualitäten mit elf Treffern erfolgreichster Torschütze des Anfang 1967 in MSV Duisburg umbenannten Vereins vom Niederrhein. Danach nahm eine Offerte des 1. FC Köln an. Dort stand Altmeister Willi Multaub als Trainer in der Verantwortung und Wolfgang Overath führte als Nachfolger von Hans Schäfer Regie im Mittelfeld der Geisburg-Elf. In seiner ersten Saison 1967-68 traf Rühl 13 Mal in Schwarze und Köln landete auf Rang 4. Am 9. Juni 1968 gewann Rühl in Ludwigshafen am Rhein mit dem 1. FC Köln den DFB-Pokal. Beim überlegenen 4 zu 1 Sieg über den VfL Bochum konnte er mit seinen beiden Toren auch einen persönlichen Erfolg feiern. Nach der Saison 1969-70 beendete Karl-Heinz Rühl seine Spielerlaufbahn in der Bundesliga. In drei Spielzeiten hatte er für den 1. FC Köln 85 Spiele bestritten und dabei 35 Tore erzielt. Insgesamt kam Rühl von 1963 bis 1970 in der Bundesliga auf 204 Einsätze und 65 Tore. Er wechselte im Sommer 1970 zu der Ring Brüssel und ließ dort seine Spielerkarriere ausklingen. Die Ausbildung zum Fußballlehrer absolvierte Rühl 1966 an der Sporthochschule in Köln unter der Lehrgangsleitung von Hennes Weisweiler. Im Juli 1973 unterschrieb er in der Geschäftsstelle des KSC seinen ersten Trainervertrag. In Karlsruhe trat er die Nachfolge von Heinz Baas und Kurt Ballusses an. Beide hatten ihre Jugend in der Vorkriegs-Ära erlebt und waren durch den Zweiten Weltkrieg und den folgenden Wiederaufbau geprägt. Mit Rühl begann beim KSC eine neue Trainer-Ära. Zwar hatte auch er noch in der alten Oberliga gespielt, aber am Ende dieser regionalen Leistungsklasse. Die für ihn wesentlichen sportlichen Eindrücke und Erfahrungen hatte er als Aktiver in der Bundesliga gesammelt. Dass ein junger und dynamischer Mann alleine ausreicht, dieser Irrtum zeigte sich aber auch in Karlsruhe schnell. Ohne personelle und administrative Möglichkeiten kann auch frischer Geist und Motivation nichts Entscheidendes bewirken. Rühl kam in seiner ersten Runde beim KSC 1973-74 in der Regionalliga Süd über den Achtelplatz nicht hinaus. In der zweiten Saison, die erste der neuen zweite Bundesliga, zeigte er aber mit dem Gewinn der Meisterschaft, dass er aus dem ersten Jahr die richtigen Schlüsse gezogen hatte. In der Saison 1975-76 konnte er mit dem KSC die Klasse halten. In Baden hatte man in Beine investiert. Mit Hermann Bredenfeld, Gustl Jung, Jürgen Kalb, Raimund Kraut und Winfried Schäfer war die Mannschaft vor der Saison verstärkt worden. Während der Runde legte man noch mit Hov Eflind und Karl-Heinz Struth nach. Deshalb leistete man sich für die Saison 1976-77. aus finanziellen Gründen nur Neuzugang Norbert Jansson von Kickers Offenbach. Zum Saisonende hatte Rühls Team dann aber eine schwäche Phase. Nach dem 4-1-Heimsieg am 27. Spieltag gegen Tennis Borussia Berlin hatte man auf dem rettenden 15. Platz 5 Punkte Vorsprung vor Saarbrücken auf. Platz 16 mit einem Punkt Rückstand gegen der Rivalen Bochum. Saarbrücken und Kaiserslautern verlor man nach 34 Spielen den Kampf um den Klassenerhalt. Mit 28 zu 40 Punkten stieg Karlsruhe ab. Zu den Ungereimtheiten der Rückrunde gehörte auch das sportliche Scheitern des schwedischen Nationalstürmers Thomas Schöberg, der in der laufenden Runde nachverpflichtet worden war und nur in sechs Spielen zum Einsatz kam. Auch der nur elfmalige Einsatz des Talents Kurt Niedermeier, der in der folgenden Runde 1977-78. bei Bayern München sofort zur Stammelf zählte, ist ein Fragezeichen in Bezug auf den Misserfolg dieser Spielzeit. Nach dem Abstieg trennten sich die Wege von Rühl und des KSC zunächst. Nach einem dreimonatigen Aufenthalt in Griechenland bei PAOK Saloniki landete Rühl Ende November 1977 wieder in der Bundesliga. Zum 29. November übernahm er als Trainer den MSV Duisburg. Das Offensivspiel der Zebras profitierte sehr von der angriffsorientierten Philosophie des ehemaligen Angreifers. Die beiden Spitzen Rudolf Seliger und Ronald Schwarm zählten zu den erfolgreichsten Torschützen der Runde. Mit Trainer Rühl qualifizierte sich der MSV für den UEFA-Pokal 1978-79 still. Da er für die nächste Saison aber bereits bei Borussia Dortmund unterschrieben hatte, konnte er auf der europäischen Bühne keine Erfahrungen sammeln. In Dortmund verhalf Rühl dem noch 17-jährigen Eike Immel am Starttag der Saison 1978-79 still beim 1-0-Heimsieg gegen Bayern München zu seinem Bundesliga-Debüt im Tor der Schwarz-Gelben. Nach zwei Niederlagen in Folge gegen Düsseldorf und den Hamburger SV wurde er am 29. April 1979 entlassen. Am 11. Spieltag der Saison 1979-80 still war er als Bundesliga-Trainer wieder im Einsatz. Am 28. Oktober 1979 übernahm er den TSV 1860 München, der nach einer 0-3-Niederlage bei Schalke 04 auf dem 16. Tabellenplatz stand. Er führte die Löwen trotz der schlimmen Verletzung von Heinz Flohe am 15. Spieltag beim 2-1-Heimsieg gegen den MSV Duisburg zum Klassenerhalt und hatte damit seine Mission erfüllt. Die Saison 1981 begannen die 60er mit einem Fehlstart von 1 zu 7 Punkten und ausgerechnet der Karlsruher SC, bei dem Rühl seine ersten Trainersporen verdient hatte, schoss seine Münchner Mannschaft am letzten Spieltag mit einem 7-2-Sieg in die 2. Bundesliga zurück. Einen Punkt hinter Arminia Bielefeld landete 1860 München auf Platz 16. Erfreulich an der Bundesliga-Saison war das Debüt des 20-jährigen Stürmer-Talentes Rudi Völler, der von Kickers Offenbach nach München gekommen war. Nach dem Abstieg beendeten Verein und Trainer die Zusammenarbeit. Da die Trainerposten in der Bundesliga besetzt waren, übernahm Rühl am 9. Dezember 1981 in der 2. Bundesliga den VfL Osnabrück. Er führte den VfL in der Saison 1981, 82 auf Platz 13 und verbesserte sich im zweiten Jahr auf Rang 10. Im November 1983 wurde er an der Bremer Brücke dann als Trainer abgelöst. Nach dieser unglücklichen Mission in Osnabrück legte Rühl eine Schaffenspause ein. Im Frühjahr 1986 kehrte er zum Karlsruher SC zurück. Trainer der Badener in der 2. Bundesliga war Lothar Buchmann. Am 25. April 1986 erlebte Rühl dessen Entlassung aus dem Blickwinkel des für den Verein verantwortlichen Managers. Bei der Trängersuche für die Saison 1986-87 stand seine fachliche Kompetenz dann gleich vor einer Bewährungsprobe. Im Einvernehmen mit Präsident Roland Schmieder und dem Verwaltungsrat wurde auf den Trainer Neuling Winfried Schäfer von Borussia Mönchengladbach gesetzt. Sein Ehrgeiz war in Karlsruhe aus seinen zwei Spielzeiten als KSC-Spieler 1975 bis 1977 unter Trainer Rühl bestens bekannt. Insbesondere der Präsident setzte auf das Tandem Rühl-Schäfer. Hier der erfahrene und ausgleichende Fußballfachmann mit wirtschaftlichem Kalkül, daneben der Brennende. Trainer Neuling, der bestrebt sein würde, nach einer erfolgreichen Spielerkarriere vergleichbares als Trainer aufzubauen. Der sofortige Aufstieg 1987 bestätigte die Hoffnungen. Die folgenden erfolgreichen Jahre in der Bundesliga sprachen eindeutig für das partnerschaftliche Wirken in der sportlichen Führung des KSC. Die Qualifikation in der Bundesliga-Runde 1992-93 für den UEFA Cup 1993-94 und die dann dort gezeigten Leistungen waren die Bestätigung für das Karlsruhe-Konzept. Der in den Medien sehr vorsichtig und zurückhaltend agierende Manager stand nicht Rampenlicht. Vielleicht arbeitete er gerade deshalb sehr wirkungsvoll für Verein und Trainer. Im Kicker-Sportmagazin vom 10. Februar 1994 ist über die Nachfolge auf dem Manager-Posten beim KSC folgendes festgehalten. Einen neuen Manager haben sie seit Montag, die Karlsruhe. Dieter Meinhold, 40-jähriger Diplom-Verwaltungswirt und Sportwissenschaftler, der zuletzt als Geschäftsführer der Tischtennis-Marketing GmbH arbeitete, wird in den nächsten drei Jahren die Nachfolge von Karl-Heinz Rühl antreten, der nach neun Jahren an der Spitze des KSC seinen Hut nimmt. Er wird sich weniger ums Sportliche als um organisatorische und Marketingaufgaben kümmern, kündigt Präsident Roland Schmieder an. Dadurch wird eine noch klarere Trennung zwischen der sportlichen Leitung, Herrn Schäfer und dem Manager gezogen. Konflikte zwischen Schäfer und Rühl keine Seltenheit sollen erst gar nicht mehr aufkommen. Der sportliche Absturz in die zweite Liga nach der Saison 1997-98 still. Das damit einhergehende finanzielle Desaster und die unrühmliche Präsidentenablösung setzen die Weichenstellung vom Februar 1994 aber in ein anderes Licht. Karl-Heinz Rühl betätigte sich nach seiner Karlsruher-Zeit auch noch bei Hertha BSC und beim 1. FC Köln als Manager. Nach seinem Engagement beim 1. FC Köln zog er sich ins Privatleben zurück. Vereine 1970 bis 1973 Der Ring Molenbieg 1981 bis 1983 VfL Osnabrück 1997 bis 1998 1. FC Köln Statistik 6 Amateurländerspiele, 2 Tore 1 U2 3 Länderspiel 1 Tor 85 Spiele, 35 Tore 1. FC Köln Oberliga West 85 Spiele, 42 Tore, Viktoria Köln DFB Pokal 6 Spiele, 2 Tore 1. FC Köln Europa Pokal der Pokalsieger UEFA Pokal 11 Spiele, 8 Tore 1. FC Köln Erfolge Pokalfinalist 1966 Meidericher SV, 1970 1. FC Köln Wir gehen bac堂 hier oben auf, Operation 1Tore 1 Tore 2 Tore 1, wine remont von Sascha L lottery 1. FC Köln